Wie sähe unsere Welt ohne Insekten aus? Keine Wespen auf dem Kuchen, keine fiesen Mückenstiche, keine Schädlinge auf dem Feld. Klingt doch gut, ist es aber nicht. Ohne Insekten müssen wir auf einen Großteil unserer Nahrung verzichten. Obst und Gemüse werden zum Luxusgut für Reiche. Da die Insekten die Pflanzen nicht mehr bestäuben, müssen das Menschen von Hand erledigen. Und das ist enorm teuer. Viele Pflanzen sterben aus. In der Folge haben auch viele Tiere nichts mehr zu fressen. Und wir kaum noch Fleisch. Ohne Insekten sind viele Tierarten bedroht. Frösche, Mäuse und Vögel finden keine Nahrung mehr. Ohne Larven, Raupen und Insekten können Vögel ihre Jungtiere nicht mehr aufziehen und sterben aus. Überall liegen Berge von Kadavern, Kot und Totholz, weil Insekten sie nicht mehr zersetzen. Pflanzenreste werden nicht mehr in Humus umgewandelt. Eine Welt ohne Insekten wäre lebensbedrohlich. Auch für uns.